Zurück zu Let's Play I Wanna Be The Guy, Gaden. Ja, fangen wir auch gleich an hier. Äh, ja, die letzte Folge war ja ein bisschen kacke. Diesmal wird alles besser. Oh mein Gott. Ach, geh sterben. Das Gute ist, ich weiß jetzt, wie es geht. Es ist eigentlich Glückssache, wie es am Anfang läuft. Ja, also ich darf zum Beispiel keins von diesen Dingern berühren, sondern... Ah, genau. Es ist Glückssache. Ja, nee. Ah, schade. So, aber jetzt auch wieder viel cooler als letztes Mal. Also, relaxter. Deswegen dürfte es halt auch kein Problem sein. Alter. Es ist halt echt mega Glückssache, ob du da durchkommst oder nicht. Ich meine, du kannst nicht sagen, dass du da first try durchkommst. Nein, schade. Das war gut. Ha, Wahnsinn. Problem ist halt, sie dürfen am Ende nicht alle rechts sein. Weil sonst hast du kaum Rangierfläche. Ah, ich möchte es endlich mal schaffen. Ich möchte dir aber auch was anderes zeigen. Komm schon. Nein. Ach, komm. Nein. Ach, scheiße. Jetzt komm schon. Nein. Damn it. Alter. Neues Update verfügbar. Möchte ich gar nicht. Ich hoffe, das wird jetzt nicht die ganze Zeit angezeigt. Ah, nee. Okay, okay. Nein. Schade. Oh, Mann. Dann verpasse ich so eine Chance. Oh. Mega Bug. Ah, jetzt. Okay. Ich würde auch ganz, ganz gerne mal die Musik wieder hören. Weil die mal richtig Laune ersthaft ist. Ach, die doch sterben, ey. Hä? Nein. Okay, ich muss weiter nach vorne. Okay. Jetzt läuft's wieder. Jetzt läuft's. Ich merke's. Ich spüre's. Ach, komm. Alter. Ich möchte dann auch mal ein bisschen länger aufnehmen. Und nicht nach 30 Minuten Rage quitten. Nein. Ach, geh sterben. Ich hab nicht dran gedacht. Aber oft, wenn's einmal klappt, dann ist das ja sozusagen der Ansporn ist gleich. Ah, fuck you. Ach so, nicht du. Ich mein. Ach, komm, ja. Spring dir mit der Frost. Nein. Ah, das war knapp. Ich muss das halt auch immer abpassen. Ich darf, wie gesagt, keinen von diesen Sternen greifen. Sonst kann ich's gleich aufhören. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Scheiße. Ach, Mann. Scheiße. Mensch. Also, sie sollten sich möglichst, während ich springe, im oberen Bereich aufhalten. Ja, damit ich halt unten sozusagen freie Fläche hab zum Springen. So wie jetzt. Ah, dann sollten sie nicht allzu schnell wieder runterkommen. Also, oben links ist optimal. Alle oben. Ah, schade. Dann ist der noch im Weg. Nein. Komm schon. Jetzt lädt's irgendwas hier. Jetzt macht er mein Computer schon wieder. Nein. Nein. Kackfisch. Das ist der Bruder von Backfisch. Der Kackfisch. Haha. Ha. War das lustig. Genauso lustig wie das Spiel. Ach, komm. Warum tue ich mir sowas eigentlich an, ey? Ohne Witz. Ich hätte jedes Spiel wählen können und ich wähle das hier. Scheiße. Damit hab ich auch springen gedrückt. Ich hätt jedes Spiel machen können. Aber ich suche mir das aus. So, jetzt pass mal auf. Jetzt kommt Skill. Tchuh. Oh, scheiße. Ach, komm. Boah. Nein, ich drück dann immer auf Sprung. Schwierig ist ja auch immer, die richtigen Tasten zu finden. Das find ich auch verdammt schwierig. Wie oft hab ich jetzt die falsche Taste gedrückt? Allein der Runde bestimmt dreimal. Dammit. Nein. Ah, schade. Ach, komm schon. Schon wieder falsche Taste. Ich schade wieder die falsche Taste, ey. Mann. Incompetent. Oh, war das knapp. Ah, Mann. Ja, ja, ja. Nein. Da sind sie wieder untergekommen. Nein. Nein. Die legen sie aber perfekt genau dahin, wo du sie nicht brauchst, ey. Nein. Lol. An dem stirbst du auch. Oh. Na, das wollte ich ja das letzte Mal schon testen. Gut. Hat sich's erledigt? Ich weiß ja nicht mal, ob ich an dem gestorben bin. Scheiße. Nein. Jetzt komm schon, bitte. Nein. Ich brauch eigentlich nur zwei Tasten. So schwer ist das eigentlich gar nicht. Scheiße. Ne, ich brauch ja. Scheiße, stimmt. Ich brauch vier Tasten. Das gibt's nicht. Warum lauf ich denn da immer hoch, ich Idiot? Einfach baumeln lassen. So. Okay, das nächste Mal reiße ich einfach die Hände vom Keyboard. Wenn ich das nächste Mal baumel. Ach ne, geht ja nicht. Der Fisch ist ja auch noch da. Scheiße. Okay, dann muss ich... ...mich davor erst einmal zur Seite schwingen. Oh mein Gott, geschafft. Ich muss den töten. Das hat keinen Zweck. Okay. Ich geh jetzt das Risiko ein. Ja, genau. Und dann... Fuck you. Alter. Getötet. Es kann nichts mehr schief gehen. Oh mein Gott. Alter, ich muss echt aufpassen. Alter. Ja. 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 Alter. Wie geil. Jetzt kommt Donkey Kong Musik. Wer kennt's nicht? Wer kennt... Alter. Das ist so ein fucking Trollgame. Das ist unglaublich. Das ist so ein fucking Trollgame. Das ist so ein fucking Trollgame. Das ist unglaublich. Oh mein Gott. Scheiße. Okay, aber das sieht jetzt nicht allzu schwer aus. Aber da kommen wahrscheinlich noch Megatrolls. Ach, scheiße. Ja. Finde ich aber witzig, dass sie da das eingebaut haben, ey. Lol. Wie sollen wir denn da hochkommen? Okay. Nein! Ich glaub, ich hätt einfach baumeln lassen können. Ich fühl die Musik geil. Okay, hier kann mich eigentlich nichts töten. Außer meine eigene Dummheit kann mich hier nichts töten. Ich glaub, ich kann da hochspringen, kann das sein? Nein! Aber die Dornen, die kenn ich auch noch aus dem ersten Teil, ey. Die haben einen da zur Weißglut getrieben. Ohne Witz. Scheiße. Genau der falsche Moment, ey. So. Und jetzt packe ich das. Ach komm, ich bin so dämlich. Scheiße. Ich bin so rotzdumm. Okay, packe ich. Oh mein Gott, wie soll man denn das schaffen? Alter! Alter! Das ist ja fast gar nicht schwer. Alter! WTF! Nein! Oh mein Gott! Scheiße! Okay, was ist, wenn ich da ganz schnell durchlaufe? Ich probier's jetzt. Ganz schnell durchlaufen. Da oben, mein ich. Boah, Skill! Ganz schnell da oben durchlaufen. Scheiße, okay, da muss ich anhalten. Boah, wie schwer ist das denn? Alter! Alter! So. Scheiße, hey! Ich hab das natürlich nicht gemerkt. Ich muss mir mal merken, wo das kommt dann. Scheiße Okay Scheiße, scheiß Fass Scheiße, bin so dumm Scheiß, Drecks, Arschloch, Wix Kack, Arsch Ich hätte fast wieder nicht dran gedacht Scheiße Holy Crap Dann bin ich direkt über der Spitze Das gibt's doch nicht Hab dann gedacht Okay Holy Shit Das war gar nicht so schwer eigentlich Also da dürfte ich mich jetzt nicht allzu lang aufhalten Merkt euch die Worte für die nächsten 20.000 Folgen Scheiße Scheiße Nein Was ein Fuck Alter Komm, erschieß mich Wie geil ist denn das mit dem Donkey Kong Ich freu mich da immer noch einen ab Scheiße Das war ein bisschen zu früh Okay So geht's auch ganz leicht Okay Scheiße, ey Ah, der ist ja nicht gesprungen, wie ich wollte Ah, der hat aufgehört Scheiße, da hat er mich noch erwischt Ich möchte jetzt den da unten töten Oh, ich hab nicht gekriegt Opfer Also geht's auchette Ich coeurALLY Ich kann mich auch in regenerations Oh, ich hab nicht gesprungen Oh, ich hab nicht gesprungen